Ohne zwei Stars hat der FC Bayern München die Reise zum DFB-Pokalfinale nach Berlin angetreten. Bildergalerie Bundesliga 38 Minuten ausgewechselt werden. Für ihn kam Renato Sanchez ins Spiel, der wie Javi Martinez nun auch gegen Leipzig eine Option für das defensive Mittelfeld sein kann. Ein Startelf-Einsatz von Corentin Tolisso und James Rodriguez ist unwahrscheinlich. Meist gelesene Artikel Fußball, Bundesliga-Kovex-Rolle im James-Poker-Fußball, Bundesliga-Kofeld, FCB hat unheimliche Macht. Fußball, Bundesliga der Großangriff des BVB-Eishockey-WM, der CZE live auf Sport1-WM hält hofft auf zwei. NHL-Chance-Fußball, Bundesliga-Flick beim FC Bayern gehandelt ebenfalls nicht mit in den Mannschaftsbus stieg Joshua Kimmich. Der Außenverteidiger darf die Nacht noch in München bleiben, da seine Freundin Lina das erste Kind des Paares erwartet. Der 24-Jährige wird laut des Vereins allerdings am Freitag nachreisen. James, Neuer und Ulreich mit an Bord mit dabei sind hingegen James, der laut Bild am Donnerstag im Training gefehlt hatte, sowie das Torhüter-Duo Manuel Neuer und Sven Ulreich, während die Münchner in Berlin nach dem insgesamt 12. Dabel greifen, wäre es für die Leipziger der erste Titelgewinn in der erst-zehnjährigen Vereinsgeschichte. Jetzt das aktuelle Trikot des FC Bayern oder von RB Leipzig bestellen, hier geht's zum Shop, Anzeige Let's Block Ads. Why?